moin moin leute was geht heison und acrib sind hier am start wir sind ja wir sind wieder da ja bei meiner vierten folge schon wenn ich richtig gezählt habe so und kurz in der bergude meine diamentos abgeben so jetzt habe ich schon ein zwanzig können wir schon fast ein diashwert und diarrüstung machen du hast echt sachen da schon das gibt es echt gar nicht das ist nicht schlecht ich war ja noch gar nicht so richtig auf höhlen tour das kommt bei mir alles erst noch wenn ich meine nächste folge mal vielleicht ja ja gut dass ich wollte das dann wahrscheinlich noch irgendwann mit aufnehmen nicht dann so eine höhlen tour mache aber mal sehen offline geht das ja auch ganz gut eigentlich ja offline und ja ihr seht oben bei mir hier gerade drei tode zwei davon habe ich im markt zu verdanken und der dritte ist wegen mir aber naja ich hoffe mal jetzt bleibt es erstmal bei drei ich gehe mal hoch zu meinem neuen zuhause ein bisschen weiter bauen so acrib hoch ja mal sehen da oben auf dem berge mal sehen wie es da dann wird kannst du dich dann ein bisschen einrichten aber nämlich zu viel platz mir weg weil ich weiß noch nicht was da alles für riesen ne ich mach mal eine ganz kleine bergude und hier bei mir seht ihr gerade ja ich glaube ja ich werde da glaube ich auch nicht viel bauen bei mir so ein riesiges lager würde ich da jetzt auch nicht aufbauen da hinten bei mir seht ihr gerade so eine kleine teilverbindung so eine art brücke das wird eine minecart verbindung so eine minecart ach wie die machen die minecart per brücke ach so ich dachte wir wollen tunnel ja ja das ist auch tunnel und brücke alles also die brücke ist auf einer lüste ja ja ich dachte die brücke ist wird die brücke ist für zu fuß und die minecart strecke läuft unterirdisch ich bin jetzt gleich beim nether portal leckt jetzt auch gerade so ein bisschen weil ich gerade noch das vorstellungsvideo hochladen oder zur hälfte erst dort echt lange ich bin auch schon froh dass ich nicht aufnehme das wäre keine tolle aufnahme also bei mir weil ich hier ist jeder block den ich abbaue der setzt sich gleich wieder hin ich habe jetzt so 50 fps aber wenn ich zum beispiel den rechner von taddle vergleiche ich habe von denen gerade eine folge geguckt da hat er mal die fps 2 angemacht da hat er ja 600 und 700 fps und da dachte ich mal mai oh mai alter alter vater was hat der für den rechner das aber echt schon das ist aber echt schon fertig oh ich muss sogar gerade mal kurz weg so wenn ich sogar musste kurz mal alleine quatschen ich komme ja wieder okay so dann gehen wir mal zu ihm hoch und schöne treppe hier ganz viele brötchen und ofenkartoffeln essen jam 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 geben wir den mal ein bisschen erschrecken ach der ist ja gar nicht okay dann gehen wir wieder zu meinem ups geht es ja gar nicht hallo da kommt auch der mark schala youtube so also sind wir schon gerade vier leute so und hier ist meine kleine bergbude die neue wenn wir mal so ein bisschen steine jetzt abbauen aber ich hoffe mal das wird sich nicht weiter durchziehen in den 15 minuten ich habe vergessen den timer zu stellen muss ich mal schnell kurz ich hoffe mal mir läuft jetzt kein creeper entgegen so einmal bitte uhr löschen start so als von hier aus ungefähr noch zehn minuten denn bis jetzt haben alle folgen knapp paar sekunden unter oder knapp über 15 minuten gehabt was ich sehr gut finde also ich habe eine gute zeiteinteilung so habe ich erst mal 64 dinge gemacht und so aloha so da bin ich auch wieder aloha zurück ja ist was spannendes passiert bei dir gerade ein creeper oder so ne aber es ist gerade mark drauf gekommen der mich jetzt gerne auf der mark ich gerne auf die fressen wie wie weiß der wo du bist ne ne aber ja dann ist er gut ich hoffe auch dass er den weg da hoch noch nicht gefunden hat das wäre sonst schade der ist ja nicht so leicht zu sehen aber auch nicht so schwer ja aber bis jetzt war er noch nicht oben ne ja das ist gut also er war ja zumindest schon der bergboot und hat da ein paar lustige sachen angestellt ja 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 genau aber aber so sonst ja sonst war ja nicht groß was zu mir ist ja auch ganz nett zum glück da ist ja da bin ich recht entspannt mal sehen wir wollten auch irgendwie mal auch noch ein projekt ich habe so viele leute mit denen ich irgendein projekt machen wollte oder so weiß es gar nicht naja mal sehen was da raus wird mal gucken jetzt muss ich erstmal hier gucken dass ich vielleicht irgendwann flache land oder so beziehungsweise erstmal irgendwann bauen so also hier setze ich aber keine Fenster hin wenn der mark auf den server kommt dann lagts immer ja es regnet auch es regnet gerade oder? äh ne bei mir nicht ne achso ne ich weiß nicht ich habe so ein rauschen gehört aber vielleicht war es auch einfach keine Ahnung vielleicht war es einfach so von ich könnte jetzt kurz den minecart richtig echt bei mir gar nicht so ja bei mir hat es äh ich geht gerade gar nicht erstmal ausruhen hier warst du gerade oben bei dir oder? ne ne ich bin eben noch in so ein tunnel ich baue so einen langen minecart tunnel der im moment noch ins nix führt aber möglicherweise irgendwann irgendwo hin achso das äh wird sich dann noch zeigen ich gucke einfach äh wann ich halt irgendwo rauskomme wo dann Flachland ist dass ich halt nicht mehr mitten in den Bergen dann hänge ok und vielleicht gibt es ja irgendwo so einen Punkt so einen Ort also ich gebe die Hoffnung ja nicht auf ne ja Hoffnung stirbt zuletzt ja genau kannst du auch gleich schon bei mir vorbeikommen die Bergbude nimmt langsam Gestalt an oh man ah dann mache ich das mal wie lange nimmst du noch auf also wie lange geht die Folge noch bei dir? also ich habe den Anfang ein bisschen verkackt aber jetzt bin ich schon bei drei Minuten plus sage ich mal so ungefähr drei Minuten also jetzt ungefähr bei sechs Minuten ok ja dann komme ich mal ich komme mal langsam zurück und ähm dann nehme ich mal die Sachen ab und gehe mal hoch in die Bergbude dann gucke ich mir das mal an was du so angestellt hast und ich hoffe dass mich niemand erwischt kein Skelett oder ähnliches ja die lauern gerne bei uns da unten ja das stimmt auch wenn es Tag ist leider so hab ich das denn jetzt richtig gebaut ich muss mal kurz in meinen Singleplayer gehen und ein bisschen gucken wie ich das bei mir gebaut hab ups achso dann nimmst du lässt die Aufnahme dann laufen dafür noch oder? ja ja dann kann ich schon mal denen zeigen wie mein wir können hoch wie das aussieht dann wie man hinterher auszusehen hat ja genau das würde ich sagen ok also das ist der Eingang da kannst du dann so schöne Sachen machen wie finde den Fehler viel vorher nachher so ähm ok hier kommt ein Glas hin so 1,2,3 kommt Tür, Tür 1,2,3 mein Fehler war ich hab keine Workbench gebaut jetzt hab ich eine ja das mach ich mal hier hin oh das ist sogar gerade Tag oder bin ich auch froh so wir gehen irgendwann auch mal die Textur von dem Zuckerroh verändert glaub ich echt? das ist ein bisschen dunkler als früher glaub ich mein ich mir so einzubilden da hast du aber komisch eine Bildung ja das ist aber bei mir ist noch nicht ein vielleicht ist auch daran dass ich einfach nicht mehr das ewig nicht mehr hier so mit Zuckerrohr am hantieren war ja ich bin auch nicht schon ganz lange nicht mehr ja so das nehmen wir alles mit hoch Knochen auch Koppel also ne 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 brauche ich das noch? ach Gottchen ne Koppel hoch das brauche ups da würde ich nicht hin so 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 dann krackse ich auch mal langsam den Berg hoch hast du eigentlich schon einen Verzauberungstisch? ach genau das wollte ich ja machen noch heute in der Folge ja ich hab den schon fast fertig mhm brauchst du nur noch ein Buch oder so ich habe Leder übrigens also wenn du willst kannst du Leder von mir haben ich hab schon alles fertig ich muss nur noch die Workbench echt? alles in die Workbench packen aber Bücherregale brauchen wir natürlich ordentlich noch das wird der größere Spaß aber jetzt kommt ja auch echt ein Zombie gerade oh ja nerfde mich nicht so ich kann immer noch kein Escape drücken nur warum nicht? ich muss hier mal leider den Raum fällen mhm bei 4 Minuten sind wir und jetzt ok 6 Minuten ok ich hab noch so 5 Minuten hoffentlich nicht dass sie ja mhm eigentlich brauchst du das nicht mehr so ich brauch jetzt ein paar Setzlinge das wäre ganz schön wieder einen Baum zu pflanzen bei mir ja stimmt wir müssen sowieso um aufpassen dass ähm dass die Bäume da nicht alle dann irgendwann weg sind das wäre ein bisschen doof dann müssen wir extra wieder neu anpflanzen also naja klar das immer wenn wir einen abreißen dann halt neu pflanzen das wäre schon ganz praktisch so zack zack ja dann hier ach ach hab ich übrigens schon erzählt dass ich äh verzauberte Kettenstiefel habe ne die hab ich ich hab äh gestern irgendein Zombie war es glaub ich gesehen der hatte vollkommen halt äh 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 so Kettenrüstung die man ja sonst nicht auch nur ercheaten kann eigentlich und der hat dann echt Schuhe gedroppt die auch noch verzaubert waren das fand ich ganz geil aber ich weiß nicht womit ich die aufm Amboss reparieren soll weil eigentlich äh gar nicht glaub ich äh ich glaub nur auf dem Halbbarkei ist ja das ist ein bisschen schade wenn du das Glück hast dann halt ja das hilft ja dann ja das hilft ja nicht ja das hilft leider dann auch nicht so wahnsinnig viel glaub ich egal hast du egal egal hauptsache ich hab sie so als äh kleine kleinen Bonus so das kann da rein das kann da rein das kann da rein noch was rein kann ich hab noch ein bisschen Glas bei mir unten bist du unten bei der Werkbude? noch? äh ne ich bin ich bin oben schon ich bin schon oben so hätte ich was mitbringen sollen du könntest mir vielleicht Glas 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 hab ich da wie viel? äh eins nicht viel drei Blöcke ich hab zwei scheiße okay äh ich koch mal kurz was ach jetzt wirds auch dumm ich hab hier oben noch gar kein Bett das äh das will ich dann auch zeitnah mhm so ein Glas fertig zack so dann hab ich jetzt drei und ab die Post ach das wollte ich noch einladen genau Gunpowder so ähm du hast dich ja im Prinzip rechts äh wenn du hochkommst im Prinzip hinter dem Eingang quasi postiert glaub ich ne mhm eigentlich äh da wo die Bäume sind wo das Licht ist jetzt wo die Fackel an dem Baum ist ja schätze ich okay dann komm ich da mal auf dann lauf ich da mal kurz zu geflux rüber und gucke mal dass ich irgendwie auch nicht runterfalle aber es geht ja hier kann man gut langlaufen oh so weg ah ich sehe was ich sehe Holz ich sehe Holz ah ja da bist du hallo ich hab hier schön alles ausgeleuchtet ich sehe dich nicht ich sehe dich nicht hier oben da oben du musst in den Eingang rein ach da ah da sehe ich dich okay oh ja nett wird ne kleine Holzbude oh das ist ja ganz schön genau die die ich dir gezeigt hatte ja 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 ach ja genau die dreistöckige stimmt stimmt ja so im Berg macht die sich dann echt ganz gut ja meine wird wahrscheinlich ein bisschen entspannter äh hast du hier irgendwo ne Kiste oder so? mhm ne kannst du mir die Glas das Glas geben ja genau deswegen dann zeig ich dir auch direkt wohin das Glas hingeht also ein Glas kommentieren ins Fenster ok das trau ich mich nicht sonst verkack ich gleich wieder so und so willst du keine Paints machen? Glas Paints oder so? mhm das sieht hier nicht so schön aus für mich so ja ja gut bei also einer Fenstern kann man das auch so machen das stimmt genau drauf jeder mehr Holz Alter das Gebirge da drüben sieht auch sehr nett aus da wollten wir dann eine Brücke vielleicht mal rüber bauen genau von hier kommt dann eine Brücke hin und dann nach links und dann kommen wir ja genau ja genau das Gebirge hier vorne sieht es echt gut ne ich aber da da müssen wir erst ein ganzes Stück runter und vor allem dann kommen alle aus der Stadt sofort hier oben hin das ist ja auch nicht so doll ach so eigentlich finde ich weil ähm ich finde so irgendwie wenn die Brücke so zumindest auf der Halbetage unten ankommt das ist irgendwie ein bisschen entspannter weil dann haben wir hier oben mehr Ruhe und das können nicht alle immer weißt du dann ist es so ein bisschen abgeschotteter sag ich mal und nicht so direkt erreichbar ok also nach von hier dann direkte also außer du willst von hier eine Brücke direkt zur Stadt bauen das können wir natürlich auch drüber streiten ne ne die kommt einfach so weil wenn da hier ja genau wenn wir die Brücke hier dann rüber da bauen also nach da rüber dann können wir da drüber uns einfach was hinbauen auch ohne dass irgendwer hin geht ja wo gehts hier eigentlich noch so hin hier gehts irgendwie runter ne hier gehts noch hoch oh da sind die Wolken und das Lava krass ja auf jetzt nach vorne siehts auch richtig schön aus hier bei mir oben siehts auch ganz cool aus hier kann man irgendwie so einen Balkon oder so machen hier oben hallo warte guck mal zu mir ach da ja stimmt hier hin weiter ausbauen auf der Insel da quasi ja stimmt das kann man ganz gut machen dann irgendwie von hier oben dann auch so einen kleinen Weg rüber oder so ist auch so eine kleine Freiluftinsel die finde ich ganz witzig die hier ja genau ich könnte auch mal gucken ob ich von mir oben zu dir runter auch vielleicht nochmal einen Weg baue so einen kleinen Trampelpfad oder so das könnte man auch nochmal machen meinst du mit äh Gravel ja genau einfach mit so ein bisschen Kies oder so ein paar kleinen Stufen irgendwie sowas ja könnte genau dann wird natürlich ein bisschen steil hier der Hang aber es geht schon sollte eigentlich gehen warum geht das nicht du triffst mich gar nicht merkwürdig das geht nicht oder? ne das geht nicht eigentlich müsste es gehen das ist aber merkwürdig das ist ja doof das ist ja doof normalerweise geht das immer auch schade schade egal soll es ja hoffentlich noch funktionieren das tolle ist ja dass ähm dass die Lohnen ja dadurch echt Schaden kriegen das finde ich echt witzig hab ich mal überlegt ob ähm ja ich hab mal überlegt ob ich einfach mal ein paar damit mit Schneebellen töte allerdings lohnt sich das nicht weil dein Inventar ja so schnell damit zumüllt weil du immer nur 16 Stück auf einen Stack haben kannst ja und das bringt im Endeffekt weniger als wenn du einfach einen Feuerresistenztrank oder so nimmst und dann einfach mal die alle abhaust umhaust so jetzt ähm was mach ich ach ich kann ja vielleicht auch mal grad einen Baum fähren wenn ich sowieso schon gerade hier bin grad nix zu tun habe oder ich guck mal oben zu meinem Haus nochmal hoch und richte mich dann nochmal ach ich nehm nochmal einen Baum mit dir kriegst ständig Fallschaden irgendwie ich? so ja oder? hat sich so angehört? ja ja oder hab ich Schaden gekriegt? ich spring so ein bisschen hier mal rum und soll mal wieder was essen und schön nachpflanzen ja ja ich muss erstmal warten bis hier was runter droppt ah da ist schon einer einer nachgepflanzt das reicht erstmal Minimum Gesetz des Minimums so und guck ich mal ob ich mich oben hier irgend noch was schönes ich hab ja zum Glück noch ein bisschen Sand das heißt ich kann mir auch mal ein bisschen Glas machen ich brauch auch noch Glasflaschen damit ich mir noch ein paar Tränke mixen kann ach gehst du ja auf den Braumeister ja ja ich bin immer der Trankmeister da muss ich mir auch noch so einen schönen Kerker zusammenzimmern wo ich dann die ganzen Tränke mixe ich könnte eigentlich auch mal nach meinen Netterwarzen schauen ob die schon prächtig gedeihen aber ähm ich schätze mal das hat auch noch ein bisschen Zeit im Moment hab ich ja genug so erstmal nochmal ein bisschen Glas einschmelzen wo ist der Sand nein 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 was das ist doch nicht wahr scheiße was denn ah ne jetzt ist hier ein Creeper hochgegangen und hat mir meine Kiste kaputt gemacht nein dieses Rex Keeper ich hasse sie äh Keeper ja genau Keeper Creeper bist du bei dir oben ich hasse sie ja ich bin bei mir oben oh fuck und so wie ich muss es erst mal spielen wenn hier nicht auf Hartmann aus ja boah die Spinnen sind hier auch wirklich mies die springen hier wie die Weltmeister so ey wo kam der auch her der Creeper der hat sich wahrscheinlich ganz entspannt den Weg äh zu Fuß so hoch genommen ja oder ist er einfach so gespawnt ja was was an Dreistigkeit nicht zu überbieten wäre ja ich meine da zu spawnen während ich da sitze das wäre schon echt ein Unding ja guck dir das ruhig an das ist äh schlimm hier so was packe ich da rein Ingsec kann da rein das kann da rein das kann da auch rein lass mal nochmal was einsammeln hier blub 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 können wir hier noch rein da fliegen Schneebälle ja ja das ist so doof dass man die nicht dass man mit denen nicht treffen kann ja irgendwie schworen das ist ein bisschen schade denke ich dir so oh dankeschön Mann ey hier ein Brötchen da hab ich oh ne Kartoffel ach ein Brötchen ist das? ne ist ne Kartoffel es gibt keine Brötchen aber in Zweck sehen die aus wie Brötchen achso ja ok so das alles rein ach man ey ach da ist neben au Kettenstiefel mit Schutz 2 mhm hätten die Schutz 3 ja die hab ich ja gerade reingepackt damit ja hätten die Schutz 3 ja die hab ich ja gerade reingepackt damit die geklaut wären die Schutz 3 glaub ich wären das schon fast Algenstiefel so ich hab schon hier boah ich glaub ich hab schon eine 20 Minuten Aufnahme deshalb äh beende ich mal hier kurz geh jetzt auch gleich runter ja ist gut ich log mich auch aus hier der Creeper das reicht ich muss ja nicht noch sterben heute vor allem er hat mir überhaupt keinen Schaden gemacht er hat einfach nur die Kiste zerstört ja das sind aber die Besten einfach hinkommen und einfach so instruieren ok dann können wir uns ja nebeneinander stellen und ausloggen genau so auki doki hihi schmerz in die Hand ich disfornisch du mal beam weg pjuuuu ok bam und dann würde ich sagen was das für diese Folge bei mir steht in Minecraft autological ist keine Ahnung was das heißen soll automatisch oder autologisch autologisch ja irgendwie sowas in dem ja und ich glaub das wird eine überlange Folge mit über 20 Minuten aber ok und ja da würde ich sagen bedanke ich mich nochmal hier an Acrypt dass er hier noch schnell dabei sein konnte und ja gerne gerne habe ich grad noch so eingerichtet ja da würde ich sagen bis zum nächsten Mal bitte bis zur nächsten Folge auf meinem Kanal schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei habe ich letzte Folge leider vergessen ja schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und ja letzte Folge leider vergessen achso ist ja noch gar keine draußen macht ja nichts achso ja jetzt ja schon stimmt ich nehme auch bald wieder auf jetzt vielleicht heute Abend noch mal gucken mal sehen nachdem ich Lust und Lone habe ok dann bis zum nächsten Mal Leute bleibt geiler und ciao ciao